Nein, lass mich doch wenigstens reingucken! Da waren Sachen, die ich noch nicht gekriegt hatte. Ja, bitte. Ja, ich weiß, aber ich will doch mal gucken, was da draufsteht. Feuer 2. Und das andere waren Dublon und... Was ist das? Hallo, ich geb hier die ganzen Dublon aus und du gibst hier noch mal so ne Scheiße dann. Ich bin schon wieder ein Aja. Ich bin schon wieder ein Aja. Da wäre es nur fair, wenn du jetzt selber das Ding da rausgibst, ey. Ich bin schon wieder ein Aja. Ich bin schon wieder ein Aja. Ich bin schon wieder ein Aja. Ach so, für deine Archiv-Mann ist es dir nicht egal. Ja, das ist klar, ich verstehe. Ich muss sowas schieben. Ich sammle die Kinder. Schieb mir das unbedingt. Vielen Dank. 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 Oh shit. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ... ... ... ... ... ... ... 25 25 25 25 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 29 29 29 29 29 29 30 30 gespawnt gerade, so einzelne Vögel Sieht der Sturm gerade über den... über die Insel? Ja, über Croak Solo Ja, ja ganz gut! Una, dass wir ihn nicht in der Mitte noch mal aber noch nicht im Villeneuve Ensinn Magnum Sachne, auch Herr Wahne Foe, wie ich hierhin auskilde? Aber alle haben sie nicht in der Mitte Dann sind sie ihr in der Mitte Die neue Erende im Glan Und dann haben sie eine bessere nachcommand. Dissert alle 7, 7, 8, 8. Dann haben sie den, die Sturm und ich Dann haben sie aber noch nicht Abfangen, weil sie nicht in der Mitte 3 geklöte fleisch tue des plünderns danken fleisch gebraten molotov cocktail nassert würden schädel hoffentlich gehen wir in Limbo wieder rein Es freut mich, dieses Fack anzuschauen. Na gut, das ist näher drin als das andere gefunden habe. Das war viel tiefer gewesen. Hier ist ein Dreizack, wieder ein Spießchen. Hier ist eine Explosionsfass. Gewürzkiste. Zwei gebratenes Veganodernfleisch. Wir wollen ganz viele andere Fische zum gebratenen Fische, vor den Trophäienfische. Wir wollen nicht. Ein cooler schwarzer Tümpler. Oh, komm mal da. Das ist nicht schön. Das ist sehr schön. Ich habe zwei leere Obstkisten davon. Oh, scheiße, ich werde sterben. Ich habe leider nichts zu essen. Kannst du was essen? Fressen? Nein, kein Holz! Nein, keine Pornbomben! Nein! Nein! Fressen! Warte! Oh, jetzt nehme ich das Megalodernfleisch jetzt nicht fressen und alles. Oh, hei. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot danach am Schrein des Hungerns. Lass dich vom Meer leiden. Schönen! Schönen! Ich bin tot. Ich bin tot, die Gülter. Das war's für heute. Geh ich mal jetzt nach unten? Da nach unten war nichts mehr. Außer eine gammelige Kiste. Und... Zwei Oliebe Obstkisten. Naja, der ist nicht... Der ist aber nicht gelichtet. Jetzt dreht sich das Schiff. Jetzt habe ich viel für Gehütte. Das war's für heute. Jetzt bin ich... Ich bin keineswegs in unsere Richtung gegangen, aber... Ich bin schon wieder da... Ich bin wieder da... Ich bin wieder da... Oh mein Gott... Das war ja nicht so... Oh nein! Oh nein! 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 Ah! Ich heil mich grad noch hoch mit dem Fleisch! Okay, da dürfte ich nicht mehr kehren. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war doch ein bisschen... So... Die müssen jetzt immer noch nach uns, oder? Ja... Der Sturm ist wenigstens über Dingens weg. So... Witzig. Oh... Oh... Das war's für heute. Hmm... Das war's für heute. Das Schreien ist südlich von Marauder Arsch. Oh, ist im Arsch der Welt. Da ist ein Captain. Wer würde denn eine Quest hier drauf haben? Nein. Die Elektrolinge an alle. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ciao. Oh, shit. Ich habe einen Hühnerstall. Okay. Okay.